Oh, das ist ganz schön kalt geworden in den Nächten. In Nürnberg war es die kälteste Nacht seit 260 Tagen, seit März. Aber wir sehen auch, der Frost rutscht so ein bisschen nach Süden, von Norden wird es wärmer. Woran liegt das? Ja, ganz klar, es sind Wolken aufgezogen. So, das macht es immer ein bisschen wärmer. Da ist nicht viel Regen dran, ein bisschen nur, aber das macht es schon gefährlich. Denn besonders in den Mittelgebirgen, da trifft dann dieser Regen auf die kalte Luft am Boden und dann kann es zu Eisregen kommen oder zu Gefrieren im Sprühregen. Ja, dann kann es eben sein, dass es tatsächlich sehr glatt ist für Autofahrer, für Radfahrer und auch für Fußgänger. Also bitte vorsichtig sein. Am Mittwochmorgen kann es relativ schnell relativ glatt werden. So, und das Ganze hält auch lang an, denn wenn wir uns das hier mal angucken, das ist ein Temperaturverlauf von Nürnberg, da sehen wir, das dauert bis 9 Uhr morgens, ehe tatsächlich der Frost weg ist. Und so lange haben wir auch noch diese Glättegefahr am Morgen. Ja, stellt sich nur noch die Frage, wie geht es weiter mit dem Wetter? Wetter bleibt es kalt? Und die Antwort ist ja, es bleibt kalt. Denn wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir, das Hochdruckgebiet bleibt wetterbestimmt und es kommt weiter kalte Luft nach Deutschland. Auf jeden Fall mal bis in die nächste Woche hinein. Und es sieht auch alles danach aus, als wenn es einen richtigen Winter gibt. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.weather.com. Vertraue und glaube, es hilft, kommt, es heilt die göttliche Kraft! Time, Technologies.